gar nicht nein 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 hi leute euer zucker 20 28 hier und ich rede nicht das ganze licht die du meinst das ist ja wir spielen heute mein gerät mein konnie ist ja ich habe ein paar monsterei natürlich mein konnie ist die beta-version glaube ich da um eine eitem zu machen mei tue mietend zu reis minimap um was ist noch backpack und ich glaube das war's nicht so viel zum thema davon er wäre der Stellung ja blablabla ah ja in der Version gibt ja auch Pferde ja oh ja so ich will das ist glaube ich doch ich habe das John Smith und das Animated Players und jetzt muss ich gucken wie man die Backpacks macht Mamas Error ja 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 deshalb hier ich würde sagen ich will jetzt nicht so die ganze sitzung machen somit ja jetzt machen ein paar tausend parts mit das suchen und dann das suchen und dann das suchen sondern nehmen wir uns einen schwarzen rucksack einen workbench rucksack wenn es abläuft und die ganzen chefs das wollte ich jetzt natürlich 413 genau so wie du dann würde ich sagen nehmen und einen zettel und das war es eigentlich schon vielleicht noch nicht zu viel ich weiß ich bekomme jetzt sicher tausende dislikes oder kommentare wie sie möchten die so dass sie nicht so ist wie wir das wollen oder die die tausend parts damit die das und das sucht nee das möchte ich nicht weil ja will das einfach zu langweilig wird ich möchte mein color nicht spielen und sind hier viele pferde und nicht weiteres ich will schwarze pferd die ich will ich so nirgendwo hat er mal rein so hier ich will wieder zockt kacke aus ich will ganz schwarz ist genau das da ruhig brauner nicht brauner ach mensch die pro je so jetzt reden wir mit dem pferd aber zuerst dringend ich bin ab und kann man sich hier den Bergpferd gehen wie auch okay dann holen wir zuerst mal hier alles in den er okay die können wir nicht er hat noch hier so wissen du genau hier und das war noch mal hier so jetzt rennen wir so lang bis wir ein hübsches plätzchen gefunden haben und ich glaube wir sind auf einer insel das ist wieder mal so was von typisch ja und ich glaube wir haben keine bäume sonst können wir hier alles auf der insel machen können pferde schwimmen kacke pferde kann er nicht schwimmen ja moment ich will sagen wir nehmen uns noch alleine dass wir überhaupt unser pferd auch wohin mitnehmen können wenn die komm her dummes pferd ich nenne ihn wenn wir in den klaus nennen wir ihn klaus er sieht er sieht irgendwie nicht aus wie ein klaus das ist jetzt auch egal wenn wir kommen jetzt so ja toll wieder mal wieder auf in der wüste mag ich das schon gar nicht ich nein 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 er ist parkt hier er ist spakt nicht spakt Irgendwann mal irgendetwas. Ja, boi me. Genau, ich glaube mein Kolonies fügt ja auch solche Gebäude hinzu. Da komm. Seh' dich mal hier an. Du wartest hier, bis der liebe Joker wiederkommt. Und was gibt's denn hier? Hier gibt's ja nichts, oder? Außer dieses Loch. Wir. Und ein Loch. So, dann würde ich sagen, packen wir mal alles aus. So, dann. Hm. Ich würd nur gucken, wo wir vielleicht Zugang zum Meer haben. Damit wir diese Subli-Chests hier blockieren können. Ich weiß nicht, ob sie im Video so auch leckt. Aber wenn ihr gewaltigst. Hm. Hm. Dann würden wir doch andersrum besser hier rankommen. Dann. Dann. Dann.